Die Firma SCM Tamega gibt es seit 27 Jahren. Ein reiner Familienbetrieb. Wir sind im Baunebengewerbe tätig, also sprich Trockenausbau. Hier haben wir spezialisiert auf Akustik- und Schallschutz. Unter anderem machen wir auch Brandschutz. Wir befinden uns hier im Pflegerheim Dornbirn. Da entsteht ein neues Schuldungs- und Ausbildungszentrum für Krankenschwestern und Krankenpfleger. Wir verwenden den Lino L6G seit mehreren Wochen. Das, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese einfache Handhabung, diese Randwinkel-Montage. Man kann es auch an einem U-Profil, einem C-Profil recht einfach mit diesem Clip-System, Magnetsystem verwenden. Für mich ist die Wanderhalterung mittlerweile ein Must-Have. Es ist relativ einfach mit der Justierschraube und der Höhe zum Versteller. Innerhalb von Sekunden habe ich das positioniert, im Gegensatz zum Stativ. Ich soll nicht mehr im Weg. Die ersten Arbeitsschritte sind die montierenden Randwinkel, montierende Abhänger mit Ösendraht und Schnellspannfeder. Das Ganze wird angepasst in der Höhe, wo man vorgehen wird. Dann führen wir diese Tragschiene ein, wird das alles in einem Stecksystem zusammengeführt und schlussendlich werden die Platten eingelegt. Wichtig ist natürlich das Ganze, dass heute alles horizontal ist, schön im Wasser ausgerichtet sind. Der Lino L6G ist eigentlich immer bei uns dabei, gehört so ein Equipment wie eine Leiter, wie ein Rollgerüschwärtschrauber. Wir brauchen einen Hauptsägel, wie gesagt, zu justieren der abgehängten Decke, zum Anzeichen der Trockenbauwände und auch ausrichten der Metallsachen und Metalltüren. Darum schwirren wir auf das Gerät und sind voll überzeugt. Das Highlight vom Gerät ist der grüne Laser. Diese Klarheit, diese Präzision vom Laser, auch die einfache Handhaber mit einem One-Button-System, braucht keinen großen Erklärungsbedarf, eine Stelle und Arbeiten. Wie gesagt, diese Klarheit der Linien und auch die Präzision, der Helligkeit des Lasers auch für große Räume, helle Räume ist natürlich noch nicht angewiesen. Zu 99,9 Prozent schaffen wir mit Akku. Super lange Laufzeit. Solltet ihr am Laus gehen, haben wir die Möglichkeit, über den Netzstecker direkt am Stromnetz nachzustecken und als dritte Möglichkeit die Hernerrohr, alle herkömmlichen Batterien des Ganzen zu betreiben. Das ist der riesen Vorteil für uns, dass wir sehr, sehr flexibel sind. Lino L6G ist ein super Handelsgerät. Relativ einfach, leicht, mit einem gummierten Gehäuse, Baustellen sicher und wie gesagt, robust. Macht einen guten Eindruck und ja, was will man mir?